Der neue Kreisbauhof in Regensburg. Wir, Guthahn-HIW-Architekten mit Standorten in Donaustauf und in Bogen, haben den neuen Kreisbauhof für den Landkreis Regensburg im Zeitraum 2016 bis 2022 realisiert. Die Inbetriebnahme ist im letzten Sommer erfolgt. Der erste Nutzungszyklus liegt hinter uns und wir und die Nutzer sind sehr glücklich über das geschaffene Werk und wollen es euch jetzt zeigen. Der Auftraggeberin war es wichtig, eine neue Heimat zu entwickeln, die strategisch gut liegt, angenehme Aufenthaltsqualität entwickelt und auch dem Umstand Rechnung trägt, dass zwischen der B8 und der A3 eine Figur gefunden wird, die lärmabschrottend wirkt. Deshalb die Figur mit dem offenen V. Wichtig für den Auftraggeber war schon zu Beginn im Verfahren, dass die Nachhaltigkeit bei der Wahl der Baustoffe ausreichend berücksichtigt wird, sodass wir an dem Standort leicht sagen können, dass wir locker 75 Prozent der Materialwahl dann auch Richtung Holz gebracht haben, sowohl in der Primärkonstruktion als auch bei der Entwicklung der Fassaden. Im Inneren erkennt man dann den hohen Holzanteil unschwer, sowohl die Wandkonstruktion als auch die Dachkonstruktion in Holzrahmenbau bzw. Brettschichtholzkonstruktion entwickelt. Der überhöhte Teil mit der Werkstatt für die Fahrzeuge und markant, deswegen auch außen ablesbar überhöht die Kranbahn, die über den kompletten Werkstattbereich und den Galeriebereich an dieser Stelle fahren kann. Lustige Geschichte am Rande. Während der Bauzeit und auch jetzt im Nachgang können wir feststellen, dass die Massivholzwände, die wir eingebaut haben, bei weitem weniger provisorischen Schutz benötigt haben, als wir das oft bei Baustellen mit anderen Baumaterialien haben. Aber auch wenn wir jetzt nach einem Jahr Betrieb uns das anschauen, stellen wir fest, alles wunderbar. Wir haben mehr als 1000 Kubikmeter Holz insgesamt für Verwaltung und die Hallen verbaut. Auf den Dächern liegen circa 430 kW Peak PV-Module. Wir haben knapp 950 Quadratmeter begrünte Dachflächen. Alles in allem war es für uns ein sehr spannendes und durchaus, was das Terrar betrifft, auch nicht alltägliches Projekt, weil man erstmal ja bei solch profanen Dingen wie einem Bauhof nicht daran denkt, dass er in hohem Maße doch auch mit einfachen Mitteln gut gestaltgetrieben entwickelt werden kann. Und dafür will ich mich an der Stelle bei allen Beteiligten, dem Auftraggeber, den Nutzern und unseren Planungskollegen sehr herzlich bedanken. … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020